Kennen Sie den Film Die Matrix? Er ist schon etwas älter aus den 1990er Jahren von den Wachowskis. Der Film beginnt mit einer Zukunft, in der die Menschen den Kampf gegen die Maschinen verloren haben. Die menschlichen Leiber dienen nur noch zur Energiegewinnung für die Maschinen, die Menschen vegetieren dahin, sind aber an eine Matrix angeschlossen, die ihnen vorgaukelt, in einem ganz normalen Leben zu sein, etwa um die Jahrtausendwende. Diese Situation ist sicher nicht wünschenswert. Auf der einen Seite werden die Menschen getäuscht über ihren wahren Zustand. Problematisch ist aber auch, dass sie nicht mehr selbst über ihr Schicksal entscheiden. Sie sind nicht fremdbestimmt. Jetzt können Sie sagen, naja, das ist Science Fiction, das ist halt so ein Szenario, das haben sich die Wachowskis ausgedacht. Wir sind auch ganz weit weg davon. Wirklich? Gehen wir mal ins Jahr 2010. Da brach ein isländischer Vulkan aus. Eine große Aschewolke lag über Europa und die Aschepartikel galten als Gefahr für die Triebwerke von Flugzeugen. So hieß es, dass der Luftraum gesperrt wird. Das Brisante dabei, die Aschekonzentration in der Luft wurde kaum gemessen, sondern über Computersimulationen bestimmt. Daher beschwerten sich einige Publizistinnen, unter anderem auch Frank Schirrmacher, und sagten, dass nur noch Algorithmen und Simulationen entscheiden, was passiert. Frank Schirrmacher etwa schrieb, eine einzige Simulation genügte, um in die Schicksale von Millionen von Menschen einzugreifen und Europa lahmzulegen. Plötzlich werden alle zu Zuschauern, die Fluggäste, die Piloten, die Airlines, der Wetterdienst, die Behörden. Die Human Response, die menschliche Antwort auf die Maschine, ist nicht mehr möglich. Schirrmacher dachte also schon 2010, dass wir von Algorithmen bestimmt werden, dass die menschliche Autonomie gefährdet ist. Darüber wollen wir jetzt nachdenken. Autonomie, was ist das eigentlich? Das Wort leitet sich aus dem Griechischen ab. Das ist zunächst der erste Bestandteil, Auto von Autos selbst. Der zweite Bestandteil dann, Nomie von Nomos Gesetz. Es geht also um die Selbstgesetzgebung. Es geht um die Selbstbestimmung, die Selbstbeherrschung. Diese Selbstbeherrschung hatte auch Kant im Auge, als er schrieb, Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch derselbe ihm selbst ein Gesetz ist. Für Kant ist die Autonomie ganz zentral in der Ethik. Die Autonomie des Menschen ist nämlich dasjenige, was dem Menschen Würde verleiht. Deshalb sagt Kant, unsere Handlungen sind genau dann erlaubt oder richtig, wenn sie mit der Autonomie zusammenstimmen. Wenn sie ihr widersprechen, sind sie hingegen verboten. Das klingt jetzt vielleicht noch etwas abstrakt. Was heißt es konkret, Autonomie im Alltag zu respektieren? Schauen wir uns dazu die Medizin an. Die Medizinethik ist ein besonderes sensibles Feld. Es geht um wichtige Entscheidungen. Welche Risiken ist ein bestimmter Eingriff? In ihrem klassischen Buch zur Medizinethik buchstabieren nun die beiden Autoren Tom Beecham und James Childress aus, was Autonomie bedeutet. Patientenautonomie in diesem Fall. Eine erste wichtige Regel lautet, sage die Wahrheit. Die Ärztin soll also den Patienten informieren, welche Risiken es gibt, welche Nebenwirkungen vielleicht ein Eingriff hat. So kann der Patient informiert entscheiden. Sagt sie hingegen die Unwahrheit, fühlt sich der Patient vielleicht manipuliert und fällt eine Entscheidung, die er später bereut. Eine andere Regel lautet, dass die Zustimmung des Patienten für Eingriffe eingeholt werden soll. Nur wenn der Patient zugestimmt hat, ist also der Eingriff erlaubt. Die Autonomie ist aber auch in anderen Handlungsfeldern wichtig. Auch wenn Menschen und Maschinen miteinander interagieren, muss die menschliche Autonomie gewahrt bleiben.